Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute ein paar Pakete erreicht und ein paar coole Sachen und ich würde sagen, die gucken wir uns auch einfach mal direkt zusammen an. Es geht um einen neuen Tabak von Shades, es geht um zwei sehr sehr interessante Mundstücke und um einen sehr interessanten russischen Kopf. So und hier sehen wir auch schon die verschiedenen Sachen. Das hier ist einmal der gigantische Kopf von Fumus. Erinnert mich vom Depot her so ein kleines bisschen an den Casar 1, muss ich sagen. Aber wirklich sehr sehr massiv, richtig richtig krass. Wenn ihr erstmal mit meiner Hand vergleicht und ihr wisst wie groß meine Hand ist, Leute der ist riesig. Dann hier ein sehr sehr interessantes Mundstück. Ich weiß noch nicht so richtig wie man damit rauchen soll. Ich denke einfach so. Wisst ihr? So halt ungefähr. Also das Ding haben wir auch noch dabei. Dann noch dieses Teil hier. Ich weiß nicht genau was das ist. Ich glaube es ist eine Zündkerze, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das hier das Stück, das in den Mund kommt. Und dieses Stückchen hier kommt in den Schlauch. Auf jeden Fall auch mega interessant wie das aussieht. Die Jungs hier von Bramley haben mir da zwei Mundstücke zugeschickt. Übrigens mit dem Code SWG10 könnt ihr jetzt auch hier 10% sparen. Also schon mal sehr sehr nice. Dann haben wir noch den neuen Tabak von Shades, den Lem on Chow. Ich glaube da muss man nichts mehr zu sagen an was das erinnert. Und dann mit dem Chow, Chow, Chow und so. Ihr wisst Bescheid. Den bauen wir jetzt in diesem Kopf und rauchen dann mit einem oder beiden von diesen Mundstücken und probieren mal aus. Ich bin vor allem auf das Ding hier gespannt. Ob das hier funktioniert, keine Ahnung. Aber wir werden es jetzt testen. Und die Kohle geht auch schon an. Beziehungsweise ist auch schon fast an. Deswegen sollten wir mal ganz ganz fix unser Köpfchen bauen. Zuerst drehen wir hier noch einmal die Kohle, damit es auch noch schneller geht. Und wir noch weniger Zeit haben zum Kopfbauen gleich. So, weil die sollte nur noch ein Minütchen brauchen. Sieht sehr sehr gut aus. So, und ich würde sagen, wir gucken uns auch direkt mal den Oschi hier an. Und schnappen uns den Lem on Chow. Gucken wir uns aber erstmal den Lem on Chow an. Relativ dunkel. Eher mittel geschnitten, aber sehr sehr gleichmäßig geschnitten. Wenig Ästchen am Start. Sieht auf jeden Fall sehr sehr gut aus hier. Von der Tabakqualität her sehr sehr nice. Vom Geruch, der mir jetzt hier so in die Nase steigt, würde ich sagen. Leckere, süße, aber künstliche Zitrone. Mit natürlich einer sauren Note mit dabei. Aber riecht auf jeden Fall schon mal ultra geil. Erinnert mich krass an irgendwie Nimm zwei Bonbons oder sowas. Nur einen Ticken saurer und einen Ticken frischer. So, jetzt habe ich hier schon den ganzen Tisch eingesaut. Egal, wir bauen erstmal den Kopf. Danach kann man sauber machen. Ihr seht schon hier in der Mitte sind ja noch Löcher. Deswegen würde ich hier keinen Tabak reinpacken. Ich packe den jetzt hier außenrum hin. Und auch relativ hoch, denke ich mal. Ich werde jetzt einfach immer hier so meinen Finger hinhalten. Und dann hier so den Tabak hinlegen. Dass der Kopf so breit ist, könnte uns den Vorteil bringen, dass die Luftschlitze von dem Kalout Lotus, der da natürlich noch drauf kommt, dann wirklich auch direkt über dem Tabak liegen. Weil manchmal liegen die ja doch noch deutlich, deutlich zu weit außen. Und das könnte das mit diesem breiten, breiten Depot hier ein bisschen beheben. So, da fällt mir schon dennoch Tabak in die Mitte. Ich denke nicht, dass das gewollt ist, dass der Tabak in die Mitte fällt. Deswegen packe ich den hier wirklich nur komplett außenrum hin. Aber schön hoch bis oben zum Rand, sodass da die Smokebox vielleicht auch noch ein bisschen Noppenkontakt hat. Geht eigentlich relativ gut. Ab und zu fällt mal ein kleines bisschen was hier in die Mitte. Aber ansonsten ist es bis jetzt eigentlich weniger schlimm, als ich so vom Aussehen her dachte. Und auch von der Tabakmenge, die da rein muss, finde ich, bis jetzt ist es nicht ultra schrecklich. Also ihr seht ja, diese Furche außen, die der Tabak reinkommt, die ist ja gar nicht breit. Das heißt, es muss echt nicht so viel Tabak rein, dafür, dass der Kopf so unglaublich massiv und riesig ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Auf jeden Fall ziemlich weird, der Kopfbauer. Es sieht so ultra leer aus in dem Kopf, aber so sollte das Ganze eigentlich passen. Ich bin gespannt. Wir packen jetzt den Kopf auf eine Shisha, eine Smokebox auf den Kopf und dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Da ich farblich eh keine Pfeife habe, die zu diesem Kopf hier passt, können wir auch einfach die blaue Aeon nehmen. Ich stecke dieses Monstrum von Kopf hier mal auf den Kopfadapter. Hier sieht es nochmal von oben. Also die Mitte habe ich jetzt freigelassen, außenrum ist ungefähr Rand hoch. Und ihr seht schon im Vergleich zu der Pfeife, wie riesig dieser Kopf einfach ist. Ich hätte natürlich gerne was, was jetzt hier auch in diesem blau-weiß gehalten wäre, aber ich finde auch hier dieses rot-schwarz sieht eigentlich echt ganz geil aus. Jetzt müssen wir nochmal kurz die Mundstücke durchspülen, dann packen wir hier aber die Smokebox drauf und dann kann der Feierabendkopf auch angeraucht werden. So, also hier seht ihr auch nochmal die Internetadresse von den Jungs. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt, bremily.de. Da gibt es dieses verrückte Gasmasken-Inhalier-Mundstück-Ding. So, gucken wir mal, dass wir die Smokebox, ja gut, die sitzt eh relativ auf dem Tabak auf. Also am Rand ist auf jeden Fall nichts mehr zu sehen, er sitzt auf jeden Fall komplett drauf. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Aber wir schmeißen hier erstmal die Kohle rein. So, fangen wir mal mit zwei an, zwei sollten reichen für den Shades. Der Shades ist ja jetzt nicht der Tabak, der mit am meisten Hitze braucht. Und da seht ihr es hier nochmal von oben am Rand. Also er sitzt komplett auf, es guckt nichts drüber, es sollte also wunderbar funktionieren. Zwei Kohlen drinne in der Smokebox und dann machen wir mal eins von den Mundstücken hier dran und testen die Dinger mal aus, würde ich sagen. So, und dann machen wir mal das wunderschöne goldene WLKX-Mundstück hier ab. Einmal rüber aufs Bett und dann, obwohl wir rauchen erstmal kurz mit dem WLKX-Mundstück hier das Köpfchen an. Ich will nämlich mal dran ziehen, bevor ich hier an was anderem ummache. Ich würde mal schätzen, dass es jetzt relativ lange dauert, bis der Kopf wirklich komplett angeraucht ist. Einfach nur, weil das so ein riesen Steinklopper ist und einfach ultramassiv ist. Und ich denke mal, dass es relativ lange dauert, bis der dann ordentlich Hitze entwickelt. Okay, bisschen Rauch ist schon am Start. Schneller als ich dachte. Sehr krasser Durchzug auf jeden Fall. Ist man ja von der E.ON schon gewohnt, aber in der Kombination mit diesem riesen Loch in der Mitte und den vier kleinen Löchern, brutal. Wie gedacht, der bisschen Kontakt zum Tabak ist schon mal ganz gut für so ein bisschen Rauch. Aber ich glaube, bis dieses Ding hier... Ja, das kann ich hier einfach noch komplett anpacken, ne? Ist noch absolut nicht warm. Ich glaube, der braucht echt eine ganze Zeit, bis der warm ist. Aber egal. Das gibt uns Zeit, über dieses Ding hier nachzudenken und zu philosophieren. Wer dachte sich nicht schon immer mal, oh mein Gott, ist das nicht schön, in welchen Situationen man immer so eine Atemmaske braucht. Ich möchte damit Shisha rauchen. Aber eigentlich ein ganz geiler Partygag. Ich gucke erst mal, ob das mir passt. Vielleicht brauchen wir ja verschiedene Größen. Ich glaube, ich muss echt die Brille dazu abnehmen. Also boosten kann ich schon mal, ohne dass es viel Luft verloren geht. Okay, auf jeden Fall super strange. Keine Ahnung. Es ist so ungewohnt, einfach nur so zu machen, ohne irgendwie ein Mundstück im Mund zu haben. Super, super weird auf jeden Fall. Leute, der Moment ist gekommen. Wir machen mal das Mundstück hier an den WLKX-Schlauch und dann ziehen wir mal so an der Pfeife. Ohne Scheiß, das ist so ungewohnt. Das ist so ungewohnt. Okay, Leute, also als Partygag, ohne Scheiß. Ich glaube, dieses Ding hier, richtig geil. Wenn ihr noch bei euren Eltern wohnt oder so, ne? Stellt euch mal vor, ihr lasst den Schlauch so rumliegen. Ey, was denken denn eure Eltern, was ihr unten treibt oder oben, wie auch immer. Ultra verrückt auf jeden Fall, ultra verrückt. Ich glaube übrigens, diese Teile hier, die sind 3D gedruckt und du hast dann wahrscheinlich dazu gekauft. Ultra geile Idee auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal hier unsere, unser Federbein-slash-Zündkerze, Leute. Ich bin absolut kein Profi, was so Autoteile angeht und sowas. Habe ich absolut keinen Plan von. Aber das geht auf jeden Fall deutlich einfacher hier drauf. Deutlich, deutlich einfacher. Ich weiß ja, viele von euch markieren mich ja auf euren Storys auf Instagram. Übrigens schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Und da sehe ich, dass viele auch immer beim Schrauben oder so nebenbei rauchen. Ohne Scheiß, für jemanden, der eine Pfeife in der Werkstatt steht, hat das so ein Teil doch echt eine witzige Idee, oder? So, wir packen mal als nächstes hier diese Zündkerze-slash-Federbein auf den Schlauch. Und schauen uns mal an, wie das Ding funktioniert. Ja, das funktioniert auf jeden Fall wie ein ganz normales Mundstück. Sieht einfach nur ein bisschen fancy aus. Aber ich muss sagen, mein Highlight bleibt auf jeden Fall dieses Ding hier. Auch wenn das mit am unangenehmsten zum Rauchen ist. Oder was heißt am unangenehmsten? Aber keine Ahnung. Gerade für mich als Brillenträger. Und dann stellt euch mal vor, ich trage meine Brille gerade. Dann muss ich dieses Ding hier so richtig fett auf meine Brille drücken. Und dann ist sie direkt verschmiert und hartes Leben auf jeden Fall. Aber wenn man keine Brille trägt und das Ding raucht, dann ist es trotzdem irgendwie ungewohnt so einfach zu atmen. Ich weiß, ich habe es schon dreimal gesagt, Leute, aber es ist richtig, richtig weird, dass ihr hier einfach so euer ganzes Gesicht reintunkt und dann einfach Luft holt. Man ist das so gewohnt, an einem Mundstück so ganz normal die Lippen hier anzulegen. Und das hat man hier einfach nicht. Und das ist richtig, richtig komisch. Aber wovon ich auf jeden Fall positiv überrascht bin, ist wie gut dieses Ding abdichtet. Also man sieht, da ist erstmal nicht so viel Luft drin hier in dem Teil. Aber genau das ist halt das Gute, weil ihr euer Gesicht da so voll gut dran anpassen könnt. Beziehungsweise das Ding passt sich voll gut eurem Gesicht an, nicht andersrum. Ich rauche den Kopf jetzt schon ungefähr, na sagen wir mal gut, 10 Minuten an. Irgendwie kommt da noch nicht so richtig was. Geschmack ist auf jeden Fall schon voll am Start, so viel kann ich sagen. Aber rauchmäßig bis jetzt nicht so krass. Bei dem Tabak kann ich euch als erstes Fazit, ihr wisst ja meine Reviews kommen erst, wenn ich ein bisschen mehr von dem Tabak geraucht habe. Und das ist jetzt erst der zweite Kopf, den ich davon rauche. Da würde ich euch gerne erst so richtig was zu erzählen, wenn ich da ein bisschen mehr von geraucht habe. Aber da der Tabak jetzt draußen ist und ich ihn rauche und ich genau weiß, dass bestimmt viele Leute fragen. Und Marvin, wie ist der Tabak? Sag ich euch jetzt schon mein kurzes erstes Fazit zu dem Lemon Chow von Shades. Die Rauchentwicklung war im Setup auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Ich denke, ich muss erst mal richtig schauen, wie man den Kopf baut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie weiterfällt. Aber erstes Fazit zum Lemon Chow von Shades. Auf jeden Fall eine leckere Zitronennote am Start. Es geht immer noch so in diese Richtung. Saure Drops, aber gemischt mit Süßigkeit. Also irgendwie so eine Mischung aus so einem sauren Zitronenbonbon und diesen etwas süßeren in den zwei Dingern, die man so kennt. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Für Leute, die auf Zitrone schmecken, wird das auf jeden Fall was sein. Für Leute, die meistens sagen, Zitrone geht eh mal Richtung Klostein. Für die wird wahrscheinlich auch der nichts sein. Wobei ich finde, es geht definitiv nicht in Richtung Klostein. Aber man kennt das ja. Okay Leute, kurzer Nachtrag zu dem Fumuskopf. Ich habe hier gerade mit den Jungs geschrieben. Und sie haben mir extra noch geschrieben, in die Mitte kommt ein Flavor und außen kommt der andere hin. Oh, dum, dum, dum. Gut, das müssen wir auf jeden Fall nochmal testen. Wo wir dann auch in die Mitte einen anderen Tabak reinpacken. Es wird auch nicht so richtig angeraucht. Also es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Deswegen werden wir das einfach nochmal testen. Ich würde sagen, wir machen mal die Kohle runter und testen das Ganze einfach nochmal kurz. So, ich habe jetzt nochmal außenrum hier den Tabak von Shades reingepackt. Und in die Mitte kommt jetzt noch ein bisschen Bleck. Na, na. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob das Ganze dann besser funktioniert als eben. So sieht das Köpfchen jetzt aus. Ziemlich ungewohnt, so einen Pfandel-ähnlichen Kopf einfach so voll zu klatschen. Ich glaube, damit kann ich jetzt auch gut und gerne zwei Stunden rauchen. Ich würde sagen, Smokebox drauf und wir gucken mal, ob es jetzt besser funktioniert. So, Smokebox wieder draufgepackt auf das liebe Köpfchen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das Ganze jetzt besser funktioniert. Ich bin auch nicht unfähbar. Viele Leute schreiben immer, wie muss ich das machen oder wie geht dies. Oder gucken sich ein Video an und denken, dass es beim ersten Mal immer unglaublich gut funktioniert. Aber Leute, die Wahrheit ist, man muss es einfach ausprobieren. Wenn man Fehler macht, muss man daraus lernen und muss die halt verbessern. Und irgendwann ist man dann hoffentlich bei dem Ergebnis, zu dem man kommen will. So ist das mit allen Dingen im Leben. Okay, da ist jetzt schon mehr Rauch am Start als bei dem letzten Kopfbau. Kombination Black Nana mit so einer Zitrone mit dabei. Bis jetzt überraschend lecker. Und tatsächlich, wie die Jungs von Fumos mir das gerade noch geschrieben haben, wenn man den Kopf dann auch richtig baut, dann funktioniert es auch mit dem Rauchen. Und so lässt sich doch die Rauchentwicklung schon deutlich, deutlich besser sehen, als es noch vorhin der Fall war. Aber Köpfchen funktioniert jetzt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Es muss ordentlich Tabak rein, wenn man auch noch die Mitte voll macht. Deswegen ganz gut, dass da diese kleinen Abstandshalter unten drin sind. Die nehmen so ein bisschen Volumen raus, dadurch spart man noch ein bisschen Tabak. Aber ich glaube, das sind jetzt trotzdem gut und gerne an die 20 Gramm Tabak. Also da muss schon echt viel rein. Smokebox sitzt jetzt gut drauf, sieht echt mickrig aus. Die kleine Smokebox da oben auf dem Riesensteinkopf, aber funktioniert jetzt echt hadellos. Ja, also die Rauchentwicklung, die spricht glaube ich für sich. Jetzt läuft das Köpfchen auf jeden Fall wunderbar. Ich werde da noch ein bisschen weiter mit rum experimentieren. Wenn ihr Lust drauf habt, dass zu diesen einzelnen Dingern nochmal ein super ausführliches Video kommt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Nur 50% der Leute, die hier zugucken, lassen auch ein Abo da. Deswegen wäre es richtig geil, wenn ihr den Channel unterstützt und unten noch ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG. Bis dahin, macht es gut.